Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns mit wieder mal Python beschäftigen und natürlich unserer WAV-Datei, die wir letztes Mal aufgenommen haben. Und ja, heute wollen wir das ganze Ding natürlich erstmal einlesen und abspielen und dann wollen wir sie aber auch so einlesen, wie wir sie später weiterverarbeiten werden. Das heißt, dass wir wirklich Zahlen in der Hand haben und die Zahlen wollen wir uns dann natürlich auch mal genauer angucken. So, okay, dann lasst uns direkt anfangen. Wir machen das jetzt einfach mal wieder mit SoundDevice und ich nenne das jetzt einfach mal Audio. Nennen wir es einfach nur Audio. So, okay, wir importieren selbstverständlich wieder SoundDevice, Import SoundDevice und ja, aktuell brauchen wir noch nicht so viel mehr, außer einem weiteren Modul und das nennt sich SoundFile. SoundFile ist quasi, um Dateien speziell lesen zu können auf Arten, wie man das eben gerade möchte und ja, das können wir hier machen, indem wir einfach wieder mal über PIP das Ganze installieren. PIP install SoundFile heißt das ganze Ding und ja, das ist im Endeffekt alles, was wir hier dann brauchen. Anschließend können wir das Ganze dann importieren, Import SoundFile und schon geht's los. Okay, so, wenn wir jetzt also eine SoundFile haben, dann können wir hier einfach mal die File öffnen und beziehungsweise wir setzen hier einfach nur den Namen von der Datei. In unserem Fall heißt das Ding Recording.Wave. Das ist das, was wir letztes Mal aufgenommen haben. Das ist das, was wir hier über Record aufgenommen haben im letzten Video. Da ist allerdings nur, also nicht wirklich wertvolle Daten drin, ein bisschen von meiner Stimme, aber nichts Gehaltvolles. Und dann wollen wir das natürlich als Daten haben, ja. Das heißt, die Daten bekommen wir über Data und was wir auch bekommen, das ist geil, weil wir das jedes Mal in die Wave-Datei einfach reinschreiben. Okay, das ist super cool. Die Sample Rate, die steht da einfach quasi mit drin und die öffnen wir, indem wir hier tatsächlich einfach SoundFile öffnen. Also SoundFile ist ja das Modul und sagen, hey, du lies mal bitte hier die Datei File und ja, das Ding hat ein DataType von, wobei, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Ich glaube, wir brauchen das nicht mal. So, und ja, wobei doch wahrscheinlich brauchen wir es. Ja, gut, dann lasst uns rein tun. DataType, also D-Type ist gleich Float32. Das ist wahrscheinlich dadurch, dass wir das jetzt auch so mit SoundDevice aufgenommen haben, wahrscheinlich brauchen wir das. Okay, und ja, jetzt können wir tatsächlich hier schon alles abspielen. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal SoundDevice. Also SoundDevice ist quasi die Library, die auf eure Tongeräte zugreifen kann. Das heißt, das Ding greift auf euer Mikro zu, das Ding greift auf eure Boxen zu oder auf euer Headset und so weiter und so fort. Und deswegen könnt ihr das benutzen zum Abspielen und zum Aufnehmen, wie wir das hier gemacht haben. Achtet aber darauf, dass wir hier auch tatsächlich mit SciPy die Datei geschrieben haben. Und hier öffnen wir sie mit SoundFile. Mit SoundFile ist es ein kleines bisschen einfacher, deswegen habe ich das gemacht. Wir werden aber gleich noch die andere Variante kennenlernen. Das heißt, wir sagen hier SoundDevice.Play. Also wir greifen wieder auf unsere Tongeräte SoundDevice zurück und wir geben hier Data rein. Und wir müssen natürlich die Sample Rate mit reingeben, sonst funktioniert hier gar nichts. Und dann sagen wir hier einfach mal, wir warten auf den Status und das bekommen wir über SoundDevice.Play. So, und jetzt gucken wir mal. Äh, ja, vielleicht sollte ich in Play noch die, zumal ich hier gar nicht Play wollte. Ich wollte hier eigentlich Wait haben. Ich wollte darauf warten, dass das Ding fertig ist. So, und jetzt kann es sein, dass ihr überhaupt nichts gehört habt. Und auch übrigens beim letzten Mal konnte es sein, dass ihr keine Möglichkeit hattet, irgendwas aufzunehmen. Das liegt daran, dass, ähm, ja, ihr hier kein Gerät zwingend angegeben habt. Ihr könnt aber ein Gerät angeben und das will ich euch noch ganz kurz zeigen, weil ich habe zum Beispiel gerade nichts gehört, weil offensichtlich mein Headset hier nicht auf, ähm, naja, auf dem Standardgerät liegt quasi. Okay, und dementsprechend, ähm, ja, müssen wir erstmal rausfinden, wo eigentlich unsere Geräte liegen. Das machen wir erstmal mit einem Print. Print SoundDevice.Query Devices. Und jetzt holen wir uns das mal ganz kurz hier rein und sehen, ah, okay, ähm, ich habe wirklich verdammt viele. Ähm, mein Mikro wurde tatsächlich direkt erkannt, das ist wunderbar. Aber was nicht direkt erkannt wurde, ist mein Headset als Ausgabedevice. Das heißt, aktuell versucht dieses Ding hier tatsächlich, ähm, auf meinem Mikro die ganzen Sachen wieder als Ton auszugeben. Das funktioniert. Ich habe einen Kopfhöreranschluss an mein Mikro dran, aber das geht leider hier so nicht in meinen Kopfhörer rein, weil ich es nicht verbunden habe. Und, ähm, ja, dementsprechend muss ich mich hier umorientieren und ich möchte hier selbstverständlich die Nummer 11 haben. Also mein Headset quasi. Das heißt, ich muss hier mein Gerät angeben als Nummer 11. Die Nummer, die vorne dran steht, okay? Also tatsächlich ist das hier Nummer 0 und das hier ist Nummer 1, ähm, und so weiter und so fort. Das mache ich hier hinten dran. Device ist gleich so. Und jetzt haben wir hier ein Tuple. Und das heißt, wir müssen hier erstmal angeben, was soll denn als Eingabe funktionieren und was soll als Ausgabe funktionieren. So, als Eingabe will ich mein 0. Gerät haben. Das ist okay soweit. Als Ausgabe will ich Nummer 11 haben, also mein Headset. Und wenn ich das jetzt starte, dann hören wir... Also ich weiß nicht, ob ihr es gerade leise gehört habt. Das kam nur durch mein Headset durch. Es ist wirklich sehr, sehr leise gewesen. Es hat bla 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 das Test gesagt. Und das war im Endeffekt das, was auch in der Recording.Wave drin steht. So, das ist jetzt die Art und Weise, wie wir hier das Ganze geöffnet haben und wie wir das auch verwenden können. So können wir es allerdings nur anhören. Wir wollen jetzt ein kleines bisschen was anderes machen und ja, wir werden jetzt hier, also das ist eine Möglichkeit, sowas aufzumachen. Für die weitere Verarbeitung hingegen werden wir das Ganze ein bisschen anders öffnen und zwar nicht mit dem. Wir wollen auch nicht abspielen. Das ist alles etwas, was wir eigentlich nicht brauchen, um es zu verarbeiten, sondern wir wollen es nur lesen und dann direkt verwenden. Und deswegen importieren wir hier oben noch, Achtung, wir importieren NumPy, ja, SamPy, genau, NumPy. Und haben wir importieren SciPy, beziehungsweise genauer genommen sagen wir, from SciPy importieren wir, ähm, oder besser noch, from SciPy.io.Wavefile importieren wir dieses Mal selbstverständlich Read, ja. Das heißt, wir werden hier die Datei mit SciPy lesen. Dann können wir sie aber nicht genau oder nicht vernünftig abspielen. Das funktioniert leider nicht so richtig, beziehungsweise es funktioniert schon, aber es ist ein bisschen umständlich. Ähm, und was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Sample Rate ist der erste Parameter, den wir hier bekommen, also Sample Rate und das Signal, beziehungsweise, ja, ich nenne das Ding jetzt hier tatsächlich mal Signal, ist gleich Read. So, und hier können wir jetzt einfach den Dateinamen angeben, also File, ähm, und ja, das Ding wird dann gelesen. Und da wir hier hinten am Ende von der Recording.Wave ein kleines bisschen Überhang haben, sagen wir, wir wollen eigentlich nur einen gewissen Teil des Signals haben. Das heißt, wir sagen, wir schneiden hier uns das Signal ein bisschen zurecht. Das könnt ihr behandeln wie ein ganz normales, wie eine ganz normale Liste. Das heißt, ihr könnt hier sagen, hey, wir wollen eigentlich von Anfang bis hin zu, ähm, ja, sagen wir drei Sekunden, also dreimal Sample Rate. Dreimal Sample Rate ist das Ende, wo wir haben wollen. Dann behalten wir quasi drei Sekunden. So, und jetzt können wir hier tatsächlich uns mal das Ganze angucken, indem wir hier mal Print Sample Rate machen und dann starten wir das mal. So, und wir sehen, die Sample Rates sind selbstverständlich 44.100, so haben wir das ja gespeichert. Und unser Signal sieht folgendermaßen aus, also die Dirac-Stöße in unserem Signal sehen so aus. Also, NumPy quetscht das immer ein kleines bisschen zusammen. Wir sehen hier vorne 0,0, ja, das ist quasi einfach Stille. Das ist quasi da, wo wir noch nichts gesagt haben. Während hier hinten, da stehen dann tatsächlich noch ein paar Sachen rum. Und wir sehen aber hier auch 1,16 mal 10 hoch minus 4. Das ist wirklich, wirklich wenig, okay. 1,16 mal 10 hoch minus 4 ist wirklich 0,001, sehr, sehr wenig, ja. Also, quasi kein Signal mehr. Das heißt, wir haben hier schon was abgeschnitten. Wir können ja mal gucken, was hier am Ende nach zwei Sekunden steht. Und, ja, hier sehen wir, dass vielleicht noch ein kleines bisschen was dasteht. Aber lasst uns mal bei drei Sekunden bleiben. Und das ist dann quasi unser Signal erstmal. Und, ja, so können wir quasi die Amplitude festlegen. Das ist jetzt wirklich immer nur die Amplitude oder der jeweilige Dirac-Stöße von unserem Signal. Die einzelnen Dirac-Stöße sozusagen. Wir können hier jetzt mit diesem Signal alles machen, was wir auch mit einer Liste machen können. Also, ich kann jetzt hier tatsächlich, wenn ich möchte, durchiterieren. Und jedes einzelne Mal kann ich meinen Dirac-Stöße quasi printen, wenn ich das möchte. Werden dann halt relativ viel, um genau zu sein, werden es 44.100 mal drei Dirac-Stöße sein. Und das möchte ich nicht alles geprintet haben. Deswegen crop-numpime mir das hier alles, dass ich nicht alles sehen muss. Okay, ja, das ist es soweit erstmal fürs Einlesen. Nächstes Mal geht es daran, dass wir ein Windows setzen. Dass wir auch wirklich das Ganze fenstern können. Und damit wir damit besser arbeiten können. Okay, das war es von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.